Also eine ganz grundlegende Frage ist natürlich, was ist ein Korpus? Die erste sehr einfache Antwort. Ein Korpus ist eine Sammlung von Texten zur Untersuchung von Wortschatz und Grammatik einer Sprache. Die Frage ist bei näherem Hinsehen natürlich nicht ganz so trivial, aber hier soll es uns erstmal um den sehr groben Überblick gehen. Wenn wir unter einem Korpus also eine Textsammlung zur Untersuchung von Sprache verstehen, dann können wir überlegen, welche Texte dafür in Frage kommen. Auch hier eine einfache Antwort. Im Prinzip können das alle Arten von Textproduktion sein, also etwa literarische Texte oder Fachbücher, aber auch handschriftliche Dokumente wie Briefe oder politische Manifeste. Eine wichtige, weil relativ leicht zugängliche Quelle sind Zeitungs- und Zeitschriftenartikel. Gesprochene Sprache ist natürlich auch eine sehr wichtige Textsorte und Beispiele dafür sind Reden, Diskussionsrunden oder Gespräche in informellen Situationen, die aufgezeichnet und dann abgetippt werden. Wenn man also mit einem Korpus arbeitet, dann muss man wissen, welche Texte in ein Korpus aufgenommen wurden, also wie die Zusammensetzung des Korpuses. Die Kriterien für die Zusammenstellung von Corpora sind nicht immer leicht zu definieren und geschweige denn umzusetzen. Aber ein Korpus hat grundsätzlich zum Ziel, eine repräsentative und ausgewogene Stichprobe des Sprachgebrauchs zu sein. Das kann also einerseits die Sprache der allgemeinen Sprachgemeinschaft sein, also sollten die Texte sehr breit ausgewählt worden sein und aus vielen unterschiedlichen Textsorten stammen. Andererseits kann ich natürlich auch nur an einem sehr speziellen Teil des Sprachgebrauchs interessiert sein. Angenommen, ich habe einen Korpus aus Bundestagsdebatten, das wäre dann für den allgemeinen Sprachgebrauch nicht besonders repräsentativ. Wenn ich mich aber natürlich für den Sprachgebrauch im Parlament interessiere, dann ist so ein Korpus aus Parlaments-Transkripten für dieses Register durchaus repräsentativ. Natürlich gilt dann auch hier, dass die Stichprobe ausgewogen sein muss, also dass das Korpus zum Beispiel nicht nur Redebeiträge von einer einzelnen Partei oder einer einzelnen Person enthält. Die meisten Korpora enthalten vor allem aus praktischen Gründen relativ viel geschriebene Sprache, weil es ziemlich aufwendig ist, gesprochene Sprache technisch für einen Korpus aufzubereiten. Und die Gründe dafür liegen natürlich auf der Hand. Also geschriebene Sprache ist entweder schon verschriftlicht oder kann relativ einfach digitalisiert werden. Es ist aber umgekehrt sehr zeitintensiv, gesprochene Sprache maschinenlesbar zu machen. Maschinenlesbarkeit ist dann übrigens ein ganz zentrales Kriterium, nämlich am Übergang vom Text zum Korpus. Denn maschinenlesbar heißt, dass Korpustexte in Formaten vorliegen, die systematisch mit Computern durchsucht werden können. Wenn also die Quellen nach bestimmten Kriterien wie Repräsentativität oder Ausgewogenheit ausgewählt sind, die Texte zusammengesammelt und in ein einheitliches maschinenlesbares Format gebracht wurden, dann haben wir die Art von Textsammlung, die wir meinen, wenn wir von einem Korpus sprechen. Mit diesem Verständnis von Korpus wird Korpus-Linguistik dann auch wirklich richtig interessant, denn moderne Corpora gibt es in einer ganzen Vielzahl an Formaten und Versionen. Was meinen wir damit? Der Ausschnitt aus dem Brown-Korpus, den wir hier sehen, ist ein Beispiel für ein sogenanntes Plain-Text-Format. Also außer dem reinen Text hat diese Version keine weiteren Informationen. Das ist in diesem zweiten Fall anders. Das ist der gleiche Ausschnitt, aber diese Version hat eine strukturelle Information mehr, denn hier am Anfang der Zeile steht, um welche Korpus-Datei es sich handelt. Daran kann man übrigens erkennen, aus welchem Genre dieser Text-Ausschnitt stammt. Auch beim dritten Ausschnitt handelt es sich um den gleichen Quelltext, aber wieder in einer anderen Variante, denn erstens steht hier in jeder Zeile ein ganzer Satz, zweitens sehen wir hier den Dateinamen und die Satz-ID und drittens hat diese Version noch eine ganz nützliche linguistische Information, denn alle Wörter haben hier Tags zu ihrer Wortklasse. Das sind sogenannte Part-of-Speech-Tags, die nennen wir auch Post-Tags. Also hat hier said den Tag VBD für ein Verb im Past-Tense oder reports den Tag NNS für Nomen im Plural. So eine Information nennen wir auch Annotation. Die Annotationen helfen uns bei der Suche nach gröberen Gruppen von Wörtern, also wenn wir zum Beispiel nur Verben im Past-Tense finden wollen, ohne uns auf eine bestimmte Auswahl von Verben festzulegen. Solche Annotationen wie diese Post-Tags werden übrigens in der Regel automatisch von Computerprogrammen vergeben und sind alles andere als unproblematisch, also darauf werden wir immer wieder zu sprechen kommen. Eine ähnliche Information liefert diese Version, die ist nur ein bisschen anders dargestellt. Also das ist ein Satz jetzt aus dem Flop-Korpus und hier steht die Wortklasse in einem Tag mit Spitzklammer vor dem jeweiligen Wort, also beispielsweise hier beim Modalverb will mit dem Post-Tag vm oder stop, also einem Vollverb im Infinitiv. Diese Formate sind bisher aber alle relativ unschuldig, was die Komplexität der Annotation angeht. Dann vergleichen wir das mal mit dem ersten Satz aus dem British National Corpus, mit dem wir übrigens sehr häufig arbeiten werden. Texte in solchen XML-Versionen sind mit dem menschlichen Auge überhaupt nicht mehr wirklich lesbar. Aber man sieht, dass Token wie hier bei cost zwischen einem öffnenden und einem schließenden XML-Tag stehen. Dazwischen sind die linguistischen Informationen zu diesem Token, nämlich dass es sich hier um ein Verb handelt, also um ein Partizip des Lemmas calls. Diese Formate sind Beispiele für ein horizontales Format, das heißt, dass die Wörter und ihre Annotationen hintereinander angeordnet sind. Das Gegenstück dazu ist das vertikale Format, denn hier steht in jeder Zeile nur ein Wort. Die Information und Annotation sind dann in Spalten angeordnet, also hier der Dateiname, hier das Wortklassen-Tag und hier die Form, wie das Wort im Korpus-Text vorkommt. Das sind jetzt alles illustrativ ausgewählte Beispiele. Es gibt also sehr, sehr viele unterschiedliche Versionen und Annotationsschemata und strukturelle Informationen, die in so einem Korpus verfügbar sein können. Und fast jedes Korpus hat sein eigenes Schema oder ist in verschiedenen Formaten verfügbar. Sie werden mit dieser Vielfalt aber nie oder nur sehr selten konfrontiert werden. Also warum zeige ich Ihnen das dann trotzdem? Naja, einerseits wollten wir klären, was wir meinen, wenn wir von einem Korpus sprechen. Und andererseits stellt sich jetzt natürlich die offensichtliche Frage, wie man diese Informationen nutzen kann. Und auch wenn Sie mit der Vielfalt an diesen Dateiformaten nie direkt arbeiten werden, hilft der technische Hintergrund, Korpus-Linguistik allgemein ein bisschen besser zu verstehen. Im nächsten Clip schauen wir uns deshalb Abfragesysteme an, also wie man diese Vielfalt verarbeiten kann. Zum Einstieg empfehle ich übrigens immer wärmstens, dass Sie bei Gelegenheit mal in die Literatur zur Korpus-Linguistik schauen, also in der Ziele, Anwendung, Herausforderung, aber auch die Geschichte der Methode diskutiert werden. Es gibt übrigens viel zu viel spannende Literatur, um hier alles aufzulisten, deshalb nur ein paar grundlegende und oder sehr zugängliche Empfehlungen. Der Gang in die Bibliothek lohnt sich aber natürlich immer und Sie sollten ohnehin recht breit lesen, weil die Korpus-Linguistik alles andere als ein homogenes Feld ist.